Ich habe immer ein offenes Ohr und kümmere mich um meine Mitmenschen. Ich habe dabei aber das Gefühl, dass ich auf der Strecke bleibe. Was kann ich tun? Ein offenes Ohr zu haben ist etwas Wunderbares. Wie wäre wohl unsere Welt, gäbe es nicht Menschen wie dich? Und sicher spürst du ja auch, dass deine Art bei anderen gut ankommt. Wahrscheinlich vertrauen sie dir und können durch ein Gespräch mit dir wieder Kraft schöpfen. Du hast nicht einfach nur ein offenes Ohr, du hast bestimmte Fähigkeiten. Die dich als guten Zuhörer und Gesprächspartner ausmachen. Offenbar ist jetzt aber ein Ungleichgewicht entstanden. Für dich kann nun wichtig sein, nicht nur ein offenes Ohr zu haben, sondern auch einen offenen Mund. In zwischenmenschlichen Beziehungen spielen sich schnell bestimmte Rollen ein. Irgendwann ist man eher die Zuhörerin, der Zuhörer, andere Fragen weniger. Oder sie erwarten vielleicht auch gar nicht, dass du auch Themen hast, die dich belasten. So wie das gute Zuhören eine Fähigkeit ist, ist es auch eine Fähigkeit, sich selbst zu öffnen, Dinge von sich preiszugeben, zu erzählen, was gerade nicht so gut läuft, sich den Raum für die eigenen Themen zu nehmen, auf andere zuzugehen, sie um eine Einschätzung zu bitten oder vielleicht auch um einen Tipp oder um Hilfe. Übe dich in diesen Fähigkeiten. Wenn du also das Gefühl hast, auf der Strecke zu bleiben, schalte bewusst um. Vom Ohr zum Mund und sprich das an, was du auf dem Herzen hast. Vom Ohr zum Mund und sprich das an, was du auf dem Herzen hast.